Dieses zu erwerbende gut gepflegte Siebenzimmer-Einfamilienhaus liegt in Rönnscheid-Rheinshagen. Das im Jahr 1980 erbaute Gebäude wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 700 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 220 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 295.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal.